Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute dreht sich alles um iPads. Um die neuen iPads konkret, nämlich um das iPad 10. Generation und um das iPad Pro mit M2 Prozessor. Beide sind bei mir angekommen und wir probieren die aus. Wobei schon gleich am Anfang sage ich, wir werden uns vor allem mit diesem hier beschäftigen, mit dem neuen Basismodell, mit dem neuen Einsteigermodell, kann man bei dem Preis nicht sagen, aber da ist ganz viel neu, da ist ganz viel verändert worden und neu. Wir vergleichen es natürlich auch mit dem Vorgänger, mit dem iPad der neunten Generation, welches ihr ja immer noch kaufen könnt. Aber ja, wir fangen vielleicht mal ganz kurz an hier mit dem Big Boy. Das ist ja sozusagen, wir haben ja eigentlich, wenn wir die beiden hier angucken, haben wir quasi die ganze Bandbreite, also die Bandbreite vom Rolls Royce auf dieser Seite für unglaublich viel Geld und hier, naja, wenn wir es automäßig vergleichen zu einem teuren VW Golf vielleicht, also da haben wir eigentlich die ganze aktuelle Bandbreite der iPads bei uns. Beim iPad Pro, ich lege die Box mal zur Seite hier, zack, beim iPad Pro hat sich so viel gar nicht getan. Was hat sich konkret getan? Also von außen, ich habe hier das 12,9 Zoll Modell, sieht das immer noch genau gleich, es ist immer noch absurd dünn, schaut euch das mal an, es ist wirklich absurd, wie dünn das Teil immer noch ist. Ich hätte mir ja ein bisschen mehr Dicke und vor allem ein bisschen größeren Akku gewünscht, aber okay, das sage ich seit Jahren und kriege es nicht. Ja, was ist überhaupt neu bei dem Teil? Also wir haben natürlich den M2 Prozessor und da ist eigentlich das Verrückte, wir haben den großen M2, also den gibt es ja mit 8-Core-GPU und 10-Core-GPU und wir haben wirklich die 10-Core-GPU hier drin. Wofür man die braucht, weiß man zwar noch nicht, das haben wir auch beim M1-Chip nie rausgefunden, warum so viel Power in einem iPad Pro nötig ist, aber okay, wir haben es drin. Neu ist die sogenannte Pencil-Schwebe-Funktion, also das heißt, ihr könnt eigentlich hier mit dem Apple Pencil, dem der zweiten Generation, könnt ihr da drüber hovern und ich versuche das mal zu zeigen, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen, ich lege das hier mal ab, hoffe, dass das nicht allzu fest, das ist schon was anderes, das legen wir da beiseite, hoffe, dass das nicht allzu fest spiegelt und jetzt könnt ihr einfach den Stift hier drüber und ihr seht eigentlich nur anhand der Icons, seht ihr das? Dass die Icons ganz leicht größer werden, also man hovert da quasi drüber, man kann das natürlich auch hier tun, na, da sieht man es dann nicht, also wieder zurück, man sieht das im Moment eigentlich nur hier bei den Icons, da muss natürlich dann noch ein Update kommen, dass dann Apps das eben entsprechend auch unterstützen. Ja, das ist eigentlich neu, wir haben bei der technischen Seite, wir haben Wifi 6e, das erste Apple-Gerät mit Wifi 6e, das ist ja dieses mega schnelle Wifi im 6 GHz-Bereich, wo du wirklich noch schneller Daten übertragen kannst, braucht aber natürlich einen entsprechenden Router, eine entsprechende WLAN-Umgebung und dann letztendlich auch ein entsprechend schnelles Internet, damit ihr davon überhaupt was habt. 5G war schon vorher drin, wir haben das wirklich gigantische Pro Display XDR, Moment, da mal schnell so, pappe ich da drauf rum natürlich, wir haben dieses super, super coole Display, leider muss man sagen, nach wie vor nur beim großen Modell, das heißt, beim 12,9 Zoll Modell haben wir dieses Pro Display XDR mit 120 Hz, Mini LED und allem Tollem, also eigentlich dieses coole Display, das wir auch in dem MacBook Pro 14 und 16 Zoll haben, beim kleineren iPad Pro, beim 11 Zoll haben wir das nicht. Mega schade, total verpasste Chance, dadurch hätte Apple die Pro-iPads wirklich nochmal besser abgrenzen können vom iPad Air zum Beispiel. Wollten sie nicht, also haben sie das nicht verändert. So, ich würde sagen, wir lassen es dabei. Also mehr gibt es eigentlich zum teuren, großen, coolen, mega iPad Pro nicht zu sagen. Bei mir ist es so, schon beim Vorgänger und beim Vorvorgänger und beim Vorvorvorgänger, also schon drei Generationen lang, ist das mein Notebook für unterwegs. Also wenn ich jetzt nicht gerade eine Tech-Reise mache, wo ich dann in Final Cut arbeiten will und viel Videos schneide, habe ich immer das iPad Pro dabei. Also wenn ich pendle nach Zürich zu meinem Arbeitgeber zum Beispiel, mache ich alles mit dem iPad Pro. Sogar dort vor Ort arbeite ich dann eigentlich mit dem iPad Pro. Ist eine perfekte Maschine und eben, wie gesagt, hat eigentlich mein Notebook für unterwegs total ersetzt, weil es ein bisschen leichter ist und selbst mit Magic Keyboard ist es ja ein bisschen leichter. So, wir legen das mal hier zur Seite und jetzt kommen wir natürlich zu dem iPad, was extrem polarisiert wegen dem hohen Preis, aber was auf der anderen Seite auch extrem viel Neues bringt. Nämlich hier das iPad der 10. Generation. Bevor wir uns das in Detail anschauen, müssen wir uns natürlich kurz noch den Vorgänger anschauen. Hier haben wir den noch mit dem Folio Keyboard. Das nehmen wir mal ab. So, und ihr seht, das war der Vorgänger oder ist der Vorgänger. Also das ist dieses Gerät. Das habe ich frisch zurückgesetzt. Das geht dann zurück an Apple. Hier unten mit dem Knopf. Wir haben hier noch den Knopf. Also ganz klassisches iPad Design von früher. Und da merkt man natürlich schon den ersten Punkt. Hier beim neuen iPad hat sich schon mal der Formfaktor komplett geändert. Das heißt, wir haben eigentlich ein mehr oder weniger randloses Display. Das machen wir jetzt dann vielleicht besser hier. So, wir haben da ein randloses Display. Natürlich hat es Ränder und die sind ein bisschen dicker als bei den AirPods, iPads Pro, aber problemlos im Vergleich dazu, wo ihr da hier unten diese dicke Kante habt und da oben diese riesenfette Kante, ist das hier natürlich immer noch mega cool. Wir haben Touch ID. Können wir vielleicht noch mal kurz zeigen. Hier und dann mit dem Fingerchen da drauf tapsen und zack ist das Gerät entsperrt. Das ist natürlich mega praktisch. Wir hatten vorher ja hier Touch ID einfach im Homebutton. Jetzt ist es im Powerbutton oben. Ja, und dann haben wir auch bei diesem iPad USB-C. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Ich verstecke mich mal hinter der Kamera. Also wir haben jetzt da neu USB-C. Das ist eine mega coole Sache im Prinzip. Also Apple geht Schritt für Schritt dahin, überall USB-C reinzuhauen. Ja, auch die iPhones kriegen es wahrscheinlich nächstes Jahr, aller spätestens übernächstes Jahr. Da kommt Apple ja dann nicht mehr drum herum. Hier hatten wir noch Lightning. Das war noch ganz klassisch Apple Alter Style quasi. Hier haben wir USB-C. Grundsätzlich eine coole Sache und es kommt und das ist man sich ja schon gar nicht mehr gewöhnt, wenn man ständig iPhones auspackt. Guckt mal hier in der Box. Ich habe auf ein Unboxing per se verzichtet. Da könnt ihr andere gucken. Der Raphael Zeyer, Link da drüben, der macht das immer ganz cool. Ich bin viel zu ungeduldig. So, schaut mal da rein. Da seht ihr, wir haben einen Charger. Also diesen, glaube ich, 18 Watt oder so Charger und dann vor allem hier ein USB-C Kabel. Und ja, dieses USB-C Kabel, das werden wir jetzt mal auspacken. Das ist der einzige Teil des Undop-Boxings, weil wir das nachher noch brauchen werden. Ihr werdet dann gleich sehen, für was. Ich sage nur Stift. So, also jetzt kommt das mal wieder weg hier, die schöne Box. Und dann haben wir hier das Kabel, das schmeißen wir da rüber und dann geht es weiter beim iPad. Was sehr, sehr cool ist bei diesem iPad, die Selfie-Kamera ist neu in der Mitte und zwar auf der Seite. Ich habe es schon verkehrt gemacht. Seht ihr? Also das heißt, ich gucke mal, ob man das überhaupt sieht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Kamera-App starte. Wo ist sie denn? Da und dann machen wir hier mal zack. So, seht ihr das? Also die Selfie-Kamera ist jetzt hier und nicht mehr da, wo sie früher war. Oder mit anderen Worten, sie ist jetzt da an der langen Kante da oben und nicht mehr da auf der Seite, wo sie früher war. Das ist mega cool. Vor allem, wenn man es eben im Querformat, im Landscape nutzt, dann ist es genau da, wo es sein müsste. Und leider, leider ist das beim neuen iPad Pro nicht so. Also das heißt, beim iPad Pro, das ich da unten habe, ist die Kamera immer noch auf der falschen Seite, nämlich hier. Das Gerät hat ja Face-ID. Das heißt, da muss ich nicht mit dem Finger touchen. Aber weil die Kamera da ist und nicht hier in der langen Kante, habe ich immer die Hand davor. Also eigentlich immer. Der sagt mir dann immer, Kamera stört und so. Wir können es mal gucken, ob wir es simulieren können. So, Face-ID und dann, jetzt hat es natürlich geklappt, ist ja klar. Also normalerweise, ich habe hier immer die Hand davor. Und das ist mega unpraktisch. Da oben wäre viel, viel cooler gewesen. Gibt schon einige, die sagen, ja gut, das liegt am Stift. Weil wir haben ja hier da oben auch, vielleicht zeige ich es in der Kamera besser mal. Wir haben ja, da oben ist die Ladetechnik des Stifts. Also da könnt ihr den Stift ja magnetisch da so drauf pappen. So, jetzt ist es gegangen. Seht ihr, dann floppt das hier hoch. Seht ihr, jetzt Kamera verdeckt wieder. Weil ja, der Frick hat hier schon wieder die Hände dran. Also, ja, kann sein, dass das ein technisches Problem ist beim iPad Pro. So, dass man das so nicht hinkriegt. Aber da muss ich sagen, hey, Apple, ihr seid die Ingenieure. Löst das Problem halt. Weil hier ist wirklich cool. Hier haben wir die Kamera an der richtigen Seite. Das heißt, wenn man das iPad so nutzt, so ein bisschen wie ein Laptop halt, dann kann man das eben machen. So, ja, und dann natürlich, wenn man das so nutzen will, wie ein Laptop, dann braucht man noch Zubehör. Und da hat mir Apple auch was geschickt. Und zwar, das Teil hier, das ist das neue Smart, Moment, ich muss, Magic Keyboard Folio. So geht es genau. Ich musste mir aufschreiben. Wir haben das normale Magic Keyboard, das es schon seit einigen Generationen gibt für die Pro-Modelle oder auch das iPad R. Und hier haben wir jetzt ein neues, nämlich das Magic Keyboard Folio. Und das Spezielle dran ist, dass wir auf der einen Seite hier diesen Smart Connector unten am Gerät haben, mit dem wir das Ganze verbinden. Das Gerät selber, das neue iPad, hat hier solche, vielleicht seht ihr es da besser, hat hier quasi solche Konnektoren, wo man das dran anschließen kann. Genau gleich, wie das ja auch das alte, oder sagen wir mal, der direkte Vorgänger hatte. Und dann gibt es eben ein neues Keyboard. Aber das Keyboard ist anders. Und zwar, das Keyboard besteht aus zwei Teilen. Ihr habt quasi eine Rückseite, die könnt ihr hier einfach so magnetisch dranplappen. Also ihr seht, jetzt hält das schon. Jetzt ist das dran und von hinten geschützt. Und das hat so einen Kickstand, den man da ausklappen kann, wenn man es richtig macht. Der geht noch ziemlich streng. So, seht ihr? Das heißt, ihr könnt jetzt also das Ding so hinstellen. Könnt natürlich verändern, wie stark. Und dann könnt ihr zum Beispiel Video gucken. Also dann habt ihr es eigentlich so und könnt damit Video gucken. Mega praktisch. Und dann kommt natürlich der Punkt, ja, jetzt will ich eben tippen, jetzt will ich produktiv sein. Dann brauche ich das. Das hat auf der einen Seite hier natürlich das Trackpad und hier die Tasten, wie wir sie vom Magic Keyboard kennen. Also nicht diese schlabbeligen Folientasten. Guckt mal hier. Da seht ihr, da haben wir das andere in schwarz. Das waren ja diese Tasten. Ich meine, die waren okay zum Schreiben. Man konnte auch mal Cola reinleeren. Das war völlig egal. Das Ding war quasi wasserdicht. Aber ja, ist natürlich nicht das richtig gute Tippgefühl. Und das hier, das ist schon wie eine Notebook-Tastatur. Da könnt ihr hervorragend drauf rumtippen. Die Surface-Geräte haben das ja schon lang. Die haben ja so ein Teil eigentlich schon seit Jahren. Und jetzt bringt das Apple eben auch aufs normale, aufs Basismodell. Das kann man dann hier so ranklappen. Zack. Und dann seht ihr, habt ihr hier eigentlich so eine, ja, so eine Arbeits... Ich gucke mal, ob man es überhaupt sieht. Habt ihr da so eine Arbeitsfläche? Könnt ihr drauf rumtippen. Ich mal den Finger hier ran. Zack. Und dann könnt ihr hier eigentlich, seht ihr, könnt ihr da drauf rumtippen. Es ist nicht so stabil wie das Magic Keyboard. Also das Ding hier, so, das ist hilordelig, wie wir in der Schweiz sagen. Also es ist so ein bisschen wackelig, das Ganze. Also wenn du das quasi auf den, auf der, im Zug zum Beispiel, auf den Knien balancierst, das ist nicht praktisch. Also auf dem Tisch ist okay, aber auf den Knien ist es sehr, sehr wackelig. Etwas, was das normale Magic Keyboard für die teuren Geräte natürlich nicht hat. Das kann man zwar nicht auseinandernehmen, aber das ist extrem stabil. Hier ist magnetisch das iPad dran. Hier kann ich tippen. Perfekt. Also von der Stabilität her ist das natürlich wirklich eine andere Nummer als das hier. Aber es ist soweit okay. Man kann drauf rumtippen. Es funktioniert schon. Schade ist, dass man das hier nicht hochstellen kann. Also wenn ihr jetzt hier mal guckt, das ist ganz flach, die Tastatur. Und man kann das zwar schon, seht ihr, aber das hält nicht. Seht ihr das da? Also wenn ich so ganz, wenn ich so ganz, ganz leicht angeklappt haben möchte, dann geht das einfach nicht. Und sonst nimmt man es eben dann raus. Das heißt, die Tastatur ist immer sehr flach und kann da nicht so hochgetappt werden, wie das zum Beispiel die Surface-Geräte von Microsoft schon lange können. Da hätte Apple mal abgucken können. Aber dieses Keyboard hier hat etwas, was kein anderes iPad-Keyboard hat. Mal gucken, ob ihr es seht. Ihr seht, da oben haben wir eine Funktionsleiste. Mega praktisch. Helligkeit rauf und runter stellen, Mikrofon an und aus, Play, Stop, vorwärts, rückwärts scrollen, wenn ihr irgendwelche Medien konsumiert. Alle Apps anzeigen. Also super. Perfekt. Und das ist total schade, weil das Magic Keyboard, das hier ist die neueste Version, also daran hat sich nichts geändert für die Pro-Modelle, hat das nicht. Seht ihr? Da haben wir hier einfach Nummern, der Nummernblock sozusagen, Nummerntastatur und sonst gar nichts. Und das ist total schade. Also da finde ich wirklich eine verpasste Chance. Da hätte Apple durchaus auch ein neues Magic Keyboard machen können, für die, die das wollen. Klar, man hätte es sich dann neu kaufen müssen, aber vielleicht hätte der ein oder andere gesagt, das ist ihm wert. Aber das beim normalen iPad gibt es das und das ist eigentlich ganz eine coole Sache. Ja, und ihr könnt das natürlich dann so zusammenfalten. So. Und dann sieht das so aus. Ist dann aber auch wirklich schwer. Und ist auch wirklich teuer. Wenn ihr diese Kombination hier haben wollt, also es heißt hier das Magic Keyboard Folio und dann eben natürlich das iPad 10. Generation, je nachdem, je nach Speicherausstattung, die ihr da noch wählt, wenn ihr zum Beispiel noch 5G dazu haben wollt, ja, dann seid ihr eigentlich auf den Preis von einem MacBook Air mit dem M1 Chip. Also nicht das MacBook Air mit M2, sondern das vom letzten Jahr. Ja, eines der, wie ich finde, nach wie vor besten Geräte, die jemals rauskamen. Das ist schon krass. Also das Ding ist richtig teuer. Das iPad 10. Generation, also dieses Gerät alleine, ohne das ganze Zubehör hier, das fängt an bei 499 Schweizer Franken. Und ja, wenn ich Schweizer Frankenpreise nenne, dann müssen die Deutschen dann noch ein bisschen was on top rechnen. Dort ist alles noch viel teurer geworden. Inflation, Wechselkurse und so weiter. Ist bei uns nicht ganz so krass, aber es wurde trotzdem teurer. Und vor allem halt dieses hier, das Einsteiger-iPad, wie es bisher war, das kostet halt bei Apple 380. Aber ihr findet das schon für 300 und sogar noch runter. Und jetzt kostet es halt 500. Und wir reden hier von 64 Gigabyte Speicher, was ich relativ knapp bemessen finde für ein iPad, das man ja auch zum Filmen gucken braucht. Vielleicht gerade unterwegs in den Ferien, da willst du vielleicht die Apple TV Filme, die Netflix Filme, die YouTube Videos, je nachdem, willst du ja da vielleicht draufladen. Und da sind 64 Gigabyte Cloud hin oder her eher knapp. Also das ist schon eine Hausnummer. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen der relativierende Teil in meinen Augen, was den Preis anbelangt von diesem iPad hier. Und zwar sind es zwei Dinge. Das eine ist, es ist ein komplett neues Gerät, welches sehr, sehr wenig Kompromisse eingeht. Also im Vergleich zu dem Teil hier, die Kamera, über die wollen wir nicht groß reden, die war so mäh, die ist jetzt viel besser geworden. Und dann halt altes Design, alter Bildschirm, Lightning, ja, halt einfach ein Gerät, wie es früher war. Und dann habt ihr jetzt aber hier wirklich ein komplett neu, neues Gerät mit USB-C, mit Randlos, mit Touch-ID da oben drin, mit dem A14 Prozessor und, 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 mit 5G, wenn ihr wollt. Wenn ihr die Cellular Variante kauft, hat das 5G drin. Also von dem her gesehen, davon auszugehen, dass dieses Gerät, sollte es mal in Rente geschickt werden, durch dieses ersetzt wird. Und das muss doch gleich teuer sein wie das. Ja, das war vielleicht früher mal so. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wenn du ein deutlich besseres Gerät kriegst, musst du auch leider mehr zahlen. Dass die Preise gleich bleiben. Vor allem nicht in einem Markt, den Apple so dominiert. Weil seien wir ehrlich, beim Tablet-Markt, es gibt schon Android-Tablets, aber die sind großmehrheitlich Mist. Und sind sie nicht Mist, wie die von Samsung, die hardware-technisch super sind, dann ist halt die Software scheiße. Weil ja, Android hat sich nie Mühe gegeben, Google findet das offensichtlich nicht interessant. Drum sind auch die meisten Apps nicht angepasst, das macht überhaupt keinen Spaß. Also nicht vergleichbar mit einem iPad. So, das ist der eine relativierende Faktor. Also sprich, es hat sich extrem viel getan zwischen diesem Gerät hier, dem 9th Generation 9, das ist ja auch einfach iPad, nennt sich das, nur eben 9th Generation, und dann eben diesem Gerät hier. Also die sind kaum vergleichbar. Das ist massiv das bessere Gerät. Punkt. Das Gerät gibt es aber weiterhin. Das ist auf der Apple-Webseite noch da. Alle Händler haben das noch. Das wird auch weiter verfügbar sein. Und das kostet eben, wie gesagt, zwischen 380 und 290 Franken. Je nachdem, wo ihr das findet. Also wer wirklich günstiger zu einem iPad kommen will, der kann das immer noch. Aber ja, klar, wer natürlich günstiger zu einem modernen iPad kommen will, mit USB-C und allem Schnischi, der muss deutlich mehr Geld hinlegen. Das ist tatsächlich so. Ich finde der andere Punkt, wo der Preis so ein bisschen, na, ich will nicht sagen relativiert, aber weniger schlimm erscheint, ist der, ein iPad wechselst du ja nicht so schnell wie zum Beispiel ein Smartphone. Beim Smartphone gibt es ganz viele, die alle zwei Jahre ein neues wollen, neue Kamera, vielleicht ist der Akku auch nicht mehr so gut, die sich das einfach leisten wollen. Gibt auch Freaks, die alle Jahre wechseln, aber das sind, sorry, das sind totale Freaks. Also das ist ja völlig unnötig. Aber beim Tablet ist es so, dass du das ja viel, viel länger nutzen kannst. Also wir haben hier ein Familien-iPad Air und zwar nicht dieses coole iPad Air hier, das auch randlos USB-C, nein, nein, sondern das Originale, das so aussah wie das, ich glaube zweite Generation oder so. Das ist sechs, sieben Jahre alt. Funktioniert perfekt. Funktioniert immer noch wunderbar, kriegt die ganz dringenden Security-Updates, kriegt natürlich nicht mehr iOS 16 drauf, aber das läuft. Zum Netflix gucken, YouTube gucken und so und schnell mal was recherchieren, ist das perfekt. Also sprich, das Ding ist uralt, aber es läuft immer noch eigentlich gut und ist immer noch brauchbar. Also von dem her gesehen, die Zyklen, wo du dein iPad austauscht, wo du sagst, ich will ein neues, die sind bei einem Tablet meiner Meinung nach viel, viel größer als bei einem Smartphone. Sprich, wenn du jetzt 150 Euro, Franken, was auch immer mehr zahlen musst für dieses Gerät, aber du weißt, dass du es fünf, sechs Jahre sowieso nutzen kannst, bevor du überhaupt dran denkst zu wechseln, ja dann relativiert sich der Preisaufschlag natürlich auch. Also das finde ich, muss man schon auch bedenken, auch wenn ich alle die verstehe, die sagen, jetzt doch eine Frechheit, Apple, warum übernehmen sie nicht den Dollar-Kurs, den Dollar-Euro-Kurs einfach, die könnten sie es ja leisten, ja klar, könnten sie es sich leisten, sie machen es halt nicht. Einerseits, weil sie kaum Konkurrenz haben, weil sie denken, sie können es sich eben leisten, das nicht zu tun, also nicht finanziell, sondern vom Markt her. Und auf der anderen Seite, ja, das ist einfach nicht Apple, ist leider so. Apple will offensichtlich immer mehr Premium. So, jetzt, ich bin also, könnt ihr grundsätzlich sagen, sehr beeindruckt von diesem Gerät. Ich finde es ein mega cooles iPad, also damit kann man eigentlich alles tun, mit dieser Kombination hier dann eben noch mit dem Magic Keyboard Folio zusammen, wirklich alles. Außer eben gerade so im Zug, wenn du nicht ein Tischchen hast, dann wäre es für mich wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber sonst absolut geile Nummer. Es gibt nur etwas, neben dem Preis, was mich wirklich ein bisschen ratlos zurücklässt. Und zwar die Sache mit dem Stift. Ihr wisst, ich bin kein Stift-Fan, der Stift ist mir relativ wurscht grundsätzlich, aber natürlich probiere ich es aus und ich weiß, dass ganz viele diesen Stift sehr gerne mögen. Sei es zur Bedienung, sei es um kreativ zu sein, sei es um Dinge zu zeichnen und und und. Also, der Stift ist schon ein Merkmal und Apple macht das ja auch, selbst bei dem hier funktioniert ja der Stift. Also, wir können seit einiger Zeit bei allen iPads, egal ob teuer oder eher günstig, können wir den Stift nutzen. So, und dann ist es ja so, eigentlich hat Apple da ja diesen Zweitgenerationsstift. Der funktioniert, der ist hier abgeflacht. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Der ist da oben, hat der eine flache Kante und ist nicht komplett rund. Dadurch rollt er auch nicht so ganz weg. Seht ihr, er bleibt dann irgendwann mal stehen. Hier, so. Der hier, das ist der Erstgeneration, den wir seit 2015 haben. Der rollt natürlich da gnadenlos rum, aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht darum, dass man diesen Stift mit einem iPad, iPad Pro oder auch zum Beispiel mit dem iPad Air dahingehend verbindet, dass man ihn hier einfach oben drauf legt. Zack, hokus pokus, hier ist er gut. Wird geladen, wird gepairt, also quasi die ganze Bluetooth-Geschichte. Müsst ihr euch um nichts kümmern. Gut. Und jetzt machen wir das Ganze hier. Also, wir haben ja gelernt, alter Stift. Apple sagt auch, ja, ganz viele Schulen haben ja hunderte von diesen Stiften und iPads, die wollen die weiter benutzen. Okay, fair enough. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das denn hier? Ich mache das mal an. So, ich tue mich mal entsperren. Ich lege das hier hin. Und dann, nee, das geht natürlich nicht. Der hält hier. Fast. Der hält hier fast. Bei diesen Pins hier. Die sind auch magnetisch. Da hält der fast. Aber ja, okay. Also, wir haben gemerkt, das geht so nicht. Man muss das irgendwie zusammenstöpseln. Und dann ist ja bei diesem Stift so, da kann man ja die Kappe abziehen. Super gefährlich, wenn ihr kleine Kinder habt, by the way. Und die verliere ich auch immer. Und dann kommt ja hier so ein Connector. Mal gucken, ob wir den hier sehen. Seht ihr den? So. Und der hier, das ist Lightning. Also noch das alte. So wie früher. Hier, da reinstecken, laden, geht. Gut, wie machen wir das jetzt beim neuen? Da haben wir ja USB-C. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Geht logischerweise nicht. Und was macht Apple immer dann, wenn sie was ändern, ohne dass sie es so richtig ändern wollen oder wenn sie nicht richtig konsequent was ändern? Sie erfinden einen Dungle, einen Umsetzer, einen Umstecker. In diesem Fall ist das dieses Teil hier. Das hat mir Apple netterweise mitgeschickt. Kostet 10 Euro, glaube ich 9 Euro, irgend sowas oder 10 Franken. USB-C to Apple Pencil nennt sich das. So. Wenn wir das Ding jetzt öffnen und das machen wir jetzt. Also ihr seht, ich unboxe hier Zubehör und gar nicht das Original. Dann kommt der hervor. Der ist super klein. Also die Chance, dass ich den verliere, ist 90 Prozent. So. Mal gucken hier. Also ihr seht, mega klein. Und der hat auf der einen Seite hat der USB-C und auf der anderen Seite hat er Lightning. Das heißt, ich nehme den Stift, stecke den bei der richtigen Seite rein. So. Und jetzt habe ich meinen alten Stift zu USB-C umgerüstet. Seht ihr das? Hokus pokus USB-C. So. Und jetzt kann ich den zwar noch nicht direkt hier reinstecken, aber wir haben ja dafür das Kabel. Okay. Und jetzt machen wir das mal. Wir haben ja hier das USB-C Kabel. Das kam ja mit beim iPad. Und jetzt heißt das, ich stecke das USB-C Kabel in den Adapter, den Adapter in den Apple Pencil erster Generation. Und dann hier stecke ich das quasi noch. Mal gucken, wie muss ich es machen, dass ihr es seht. Wo ist es denn? Da. Und stecke das jetzt hier noch rein. So. Und jetzt durch diesen Prozess, also durch dieses Kabel-Stöpsel-Stecker-Teil kann ich den. So. Jetzt kommt Koppeln. Möchtest du den koppeln? Und ich sage natürlich, ja, klar, koppeln. Und jetzt wird der Stift und das iPad lernen sich kennen, haben ihr erstes Date und dann funktioniert das Ganze. Heißt aber auch. Und jetzt kommt der ganz, ganz große Kritikpunkt. Ich meine, das ist weder elegant noch cool. Aber ja, kann man ja machen. Ich meine, immerhin kann ich den Stift brauchen, wenn er leer ist, dass er quasi gleichzeitig geladen wird. Und ich kann das ja jetzt hier oder auch nicht. Ja, ich bin mit dem Stift immer so ein bisschen... Aber ja, auf jeden Fall, das würde ja funktionieren im Prinzip. Wahrscheinlich ist er wirklich leer. Doch, jetzt geht's. Seht ihr? Ich kann da so ein bisschen rumwischen. Ich kann hier rumspielen. Doch, doch, das geht. Also, jetzt funktioniert der Stift. Aber Problem Nummer eins. Wenn ihr den Stift schon habt und ihr kauft euch für 500 Franken oder noch mehr dieses geile iPad, dann liegt der Stift nicht in der Box dabei. What? Das geht ja schon mal gar nicht. Also, dieser fucking Adapter hier, dieses blöde Teil, dieses USB-C to Apple Pencil Ding, den müsst ihr noch zusätzlich kaufen. Tja, was soll man dazu sagen? Wenn ihr den Stift bei Apple kauft ab sofort, also den Stift erster Generation, den Apple Pencil 1 sozusagen, dann liegt der Adapter bei. Wenn ihr den Stift aber woanders kauft und überall anders ist er ein bisschen günstiger. Die Chance ist groß, dass ihr den irgendwo kauft, wenn ihr noch keinen habt. Und jetzt findet bei dem schönen neuen iPad, ja, ich will auch mal mit dem Stift. Dann liegt der nicht dabei. Also, dann ist die Chance relativ groß, dass ihr den Stift ohne diesen kleinen Adapter kauft. Und dann könnt ihr am Anfang gar nichts tun. Ihr könnt den nicht mal pairen. Also, ihr könnt den nicht so lange nutzen, bis der Stift dann leer ist. Akkutechnisch. Nein. Der geht einfach am Anfang nicht. Die kennen sich nicht. Die funktionieren nicht zusammen. Punkt. Ja, und das ist halt einfach... Ich habe ja die Preise vom Gerät so ein bisschen schön geredet oder ich sage mal, ich habe mir die Preise ein bisschen erklärt, aber dass dieser Adapter nicht beilegt, sorry, das ist für mich ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Weil normalerweise war es bei Apple so, wir erinnern uns, als zum Beispiel die Klinkenbuchse wegflog mit dem iPhone 7, dann lag beim iPhone 7 und ich glaube beim 8er auch noch oder mindestens bei der ersten Generation, ein Jahr lang lag der Adapter bei. Das heißt, du hast dir ein iPhone gekauft, da lag dieser Adapter bei. Kopfhörer gab es ja auch noch dazu und das hat dann später gewechselt und so weiter. Aber am Anfang, wo du ja zuerst mal einfach das irgendwie hinkriegen musst, hier den Adapter nicht beizulegen, das finde ich einfach, ist mega kleinlich für eine Firma wie Apple und ist halt nicht Apple-typisch, wenn ich dann hier drauf was machen will. Also wenn ich dann begeistert sofort, hey Kiddies, komm, wir malen drauf. Funktioniert halt nicht, weil der blöde Stift und das blöde iPad nicht zusammen sprechen können, weil da so ein Adapter fehlt. Also ihr seht, das nervt mich wirklich, das finde ich einfach, ist zu wenig weit gedacht und ist peinlich und ist nicht die User Experience, die ich von Apple eigentlich erwarte. Ja, das müssen sie sich gefallen lassen. Also diese Kritik, sorry, das ist einfach doof. Sonst, im Prinzip bin ich sehr angetan von diesem iPad. Also ich habe hier noch das iPad Air. Das ist das iPad Air mit dem M1-Prozessor. Schön, super Gerät, alles ganz toll. Aber ganz ehrlich gesagt, jetzt gerade ich, der zum Beispiel den Stift ja nie braucht oder selten braucht. Klar, das funktioniert mit dem Zweitgenerationsstift. Das hat auch diesen Ladeding hier, seht ihr da. Aber wenn ich die zwei vergleiche, also wir können mal darüber diskutieren, was ist denn da eigentlich überhaupt anders bei den zwei hier? Ja, anders ist im Prinzip der Bildschirm. Das merkt man schon. Also der Bildschirm hier, der ist nicht direkt, also der Bildschirm nicht direkt aufs Glas laminiert. Das hat Vorteile. Wir müssen noch warten, bis iFixit das Ding dann auseinandergenommen hat. Wahrscheinlich ist die Reparierbarkeit, so heißt das Wort, bei dem besser als bei den anderen iPads. Das mag sein. Aber wenn du es direkt vergleichst, fällt schon auf, dass alles noch so ein bisschen weiter weg ist. Oder anders gesagt, die Dinge, die du betrachtest, vor allem Videos, vor allem Bilder, hochauflösende Bilder oder so, die ziehen dich ein bisschen weniger rein. Es ist ein bisschen einfach, es fällt dir auf. Also wenn der Screen laminiert ist direkt aufs Glas, hast du wirklich das Gefühl, du bist gerade drin. Und das ist bei diesem hier nicht. War natürlich beim Vorgänger auch schon nicht, klar. Das war bei dem auch nie der Fall. Also, aber wenn du es halt mal genutzt hast, hier zum Beispiel beim iPad Air oder dann bei den Pros, mir fällt sowas auf. Ja, ich bin ein Display-Nerd, fair enough. Aber sonst, also wenn ich gucke, dass dieses Teil hier 670 Franken kostet, also ab 670 Franken und das eben 499, also ne umgekehrt, sorry, das ist das normale iPad und das ist das Air. Also das kostet 500, das kostet 670. Also ich finde, das Gerät kann eigentlich fast alles. Klar, ich kann hier kein Magic Keyboard dran machen. Also wenn ich weiß, ich fahre jeden Tag im Zug und da ist wenig Platz und ich muss auf den Knien arbeiten, dann könnte das durchaus ein Grund fürs Air sein. Aber sonst schlägt sich eben das normale iPad, das Basismodell sozusagen, schlägt sich ganz, ganz hervorragend. So, ich habe viel zu lange über dieses iPad gequasselt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich länger über das iPad Pro quasseln soll, das 12,9 Zoll M2 Modell. Vielleicht finde ich irgendeine App, die diesen M2 quasi zum Glühen bringt. Bis jetzt habe ich keine gefunden. DaVinci Resolve soll ja kommen, diese Mega-Profi-Videosoftware, auch gerade Color-Grading ist da so ein Thema. Vielleicht kann man das mal ausprobieren, ich weiß es nicht. Aber sonst, ja, sagt mir, was ihr von dem Modell haltet. Ist das für euch spannend? Ist es massiv zu teuer und es interessiert euch null? Ihr seid böse oder ihr seid hässig, wie wir in der Schweiz sagen. Ihr seid sauer auf Apple, weil sie so die Preise angehoben haben. Dann könnt ihr mir das natürlich auch schreiben. Welches iPad habt ihr überhaupt? Was nutzt ihr da so? Würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das doch auch in die Kommentare. Ja, und sonst würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Da freut sich der Algorithmus und ich wiederum auch. Ja, das war's. Mein erster kurzer Eindruck, ein paar Tage mit den neuen iPads. Alles andere hängt an euch. Schreibt mir, was euch noch interessiert. Auch welche Vergleiche vielleicht. Ich habe wirklich alle iPads da. iPad Pro, iPad Air, iPad das Neue, iPad das Alte, iPad Mini liegt auch noch da hinten. Also wenn ihr mal so einen Vergleich wollt, welches iPad ist denn für wen eigentlich gedacht? Weil die Preise eben, wir fangen bei 380 Franken an und wir gehen hoch bis 3000, wenn es sein muss. Der Preisrange ist ja riesig, je nachdem, wenn wir noch Zubehör dazu packen. Also schreibt mir das auch, dann würde ich so ein Video auch mal machen. Hey, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.